... ... Business Statement, Connect & Celebrate, der Jahresauftakt im Eleven Stories am 15.03. Ab 19.30 Uhr kannst du dabei sein und nicht nur dabei sein bei dem Event, du kannst das Event erleben wie kein zweites Event. Bei unserem Event ist es ganz klar, dass jeder auf jeden Fall Kontakte kennenlernt, weil es ist nicht selbstverständlich, wenn du zum Event gehst, dass du Kontakte mitnimmst oder auch zumindest kennenlernst, weil dafür musst du sehr, sehr offen für sein. Aber bei unserem Event haben wir es geschafft mit unserem Tischwechselsystem, rotierende Tische, rotierende Plätze, dass man auf jeden Fall interessante Kontakte kennenlernen kann, die natürlich für eure Branche wichtig sein könnten. Also, ich freue mich auf das Event am 15.03. im Eleven Stories und ich freue mich auf den Tischwechsel und für alle, die kommen, bitte macht wie immer mit, seid mutig, steht auf und geht von A nach B. unsere sexy Hostessinnen, die werden auf jeden Fall dabei helfen, dass ihr auf jeden Fall zum nächsten Tisch kommt. In diesem Sinne, bis zum 15.03.